Moin, Google hat mit dem Pixel 3 und Pixel 3 XL seine neuen Smartphones vorgestellt und wir haben direkt ein Testgerät mitgegeben bekommen, zusammen mit dem Pixel Stand und auch mit dem Pixel 3 XL Case. Und ja, die Geräte wollen wir uns mal anschauen und zuerst gibt es wie gewohnt erstmal das Unboxing. So, von Google haben wir bekommen einmal den Google Pixel Stand, das Google Pixel 3 XL in Schwarz, leider nicht in Weiß oder in dem Not Pink, pink, wie auch immer, und ein Pixel 3 XL Case. Sieht aus wie ein Stoffcase, deswegen schauen wir hier gleich mal als erstes rein, wo mich das am meisten interessiert. Die anderen Geräte kenne ich schon, aber das Case eben noch nicht. Das ist hier so ein bisschen zugeklebt. So, genau, und so wie es aussah, ist es auch, das ist wirklich so ein Stoffbezug hier. Fühlt sich ziemlich gut an, also das ist halt nicht so ein typisches Plastik, irgendwie Bill OK, sondern fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Gibt es dann sicher auch im Google Store direkt so zu kaufen oder auch generell im Zubehörhandel. Gut, legen wir schon mal direkt zur Seite. Kommen auch dann erstmal zum Pixel Stand. Dann nehmen wir uns das Pixel als spannendstes Gerät bis zum Schluss auf. Wo geht der hier auf? Ha, spannend. Ah, okay, nach oben wegziehen. So. Da haben wir auch direkt den Pixel Stand. Hier einmal das Wireless Charging Pad hinten, das Key Charging Pad. Hier unten das Ganze ist so ein bisschen gummiert. Jetzt nehmen wir einmal die Folie ab. So, ist so ein bisschen gummiert, dass das eben nicht auf dem Tisch oder so rumrutscht. Also steht sehr stabil hier. Hier natürlich auch noch eine Folie drauf, weil man muss ja überall Folie drauf machen. Nicht, dass diese Key Charging Plates erkratzt im Karton. Und schauen wir mal, was hier noch so drin ist. Mit dem Zettelkram. Ah, und sogar ein eigenes Kabel und Netzteil direkt dabei. Sehr praktisch. Direkt USB-Type-C-Netzteil im Übrigen. Genau, und USB-Type-C auf Type-C-Kabel. Sieht auch recht lang aus. Schauen wir gleich mal. Ha, ist das wieder viel. Immerhin aus Pappe statt aus Plastik. Ist ja schon mal etwas. Und ja, könnte ein bisschen länger sein. Vielleicht anderthalb Meter hier das Kabel. Also wenn die nächste Steckdose zu eurem Nachttisch oder zu eurem Büro zu weit weg ist, dann solltet ihr vielleicht ein längeres Kabel euch noch besorgen. Ist auch ein Problem. So eine Type-C auf Type-C-Kabel gibt es ja problemlos im Zubehörhandel. Findet ihr auch bei uns jede Menge Kabel dafür. Gut, dann einmal den Müll so ein bisschen zur Seite hier. Den ganzen Verpackungsmüll. Und dann kommen wir zum Pixel 3. Wie ihr seht, ich habe es noch nicht geöffnet. War gar nicht so leicht, das jetzt über Nacht in der Packung zu lassen. So, dann gucken wir auch direkt schon die Rückseite vom schwarzen Pixel. Tun wir es trotzdem einmal zur Seite und schauen erst mal, was hier so im Karton ist. So, das sieht aus wie der Zettelkram. Genau, einmal Zettelkram und natürlich das SIM-Eject-Tool, um eben an die SIM-Karte ranzukommen. Ausziehungsweise in der SIM-Karte einzulegen. Quick-Start-Guide, Team-Pixel-Aufkleber, wer es mag. Und noch ein Sicherheitshinweise. Zettel, gut. Dann, was haben wir hier? Nochmal, ah! Hier haben wir das USB-Type-C-Headset, das Google versprochen hat. Sieht recht interessant aus, ohne irgendwie Gummipfropfen oder so im Ohr zu haben. Also das heißt, das sitzt dann einfach nur im Gehörgang und kann hier, wenn ich das richtig sehe, eingestellt werden. Genau. So, ihr könnt euch hier den Ohrbügel sogar einstellen, auf euer Ohr passen, damit die eben dann schön halten drin. Man kann sie mit einem weichen Latex überzogen. Fühlt sich ganz gut an, sieht sehr interessant aus, die ganze Lösung. Allerdings, achso, nee, das ist durch die Tasten. Ich dachte gerade, hier fällt es schon auseinander, aber das sind nur die Tasten, die Lücke. Gut. Kopfhörer, also sehen ganz gut aus, sehen hochwertig aus. Können wir erstmal auch trotzdem zur Seite legen. Noch ein Type-C-Auf-Type-C-Kabel. Ja, na klar, um das Gerät zu laden und Info anzuschließen. Und, sehr cool, ihr habt eine ganze Ladung Adapter direkt dabei. Also alle, die man brauchen könnte. USB-Type-C auf Type-A eben als OTG-Adapter, damit ihr dann eben beispielsweise externe Speicher anschließen könnt, aber eben auch Zubehör anschließen könnt, Dockingstations anschließen können, all solche Sachen eben über diesen Adapter. Beziehungsweise sonst halt direkt bei USB-Type-C, da gibt ja mittlerweile auch jede Menge Kram für. Und für diejenigen unter euch, die noch Kopfhörer mit Klinkanschluss nutzen, ist direkt ein Type-C-Auf-Klinken-Adapter mit dabei. Ja, also auch sehr praktisch. Gut. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einmal das Netzteil. Auch direkt USB-Type-C hier dran und ist auch ein Quick-Charge-Netzteil. Also steht jetzt keine... Ja doch, hier steht es drauf. Wir haben 5 Volt 3 Amp, also bis zu 15 Watt Schnellladung, beziehungsweise bis zu 9 Volt 2 Amp, also das sind dann eben 18 Watt Ladung, die ihr hier rausbekommt. Gut, zum Pixel selbst. Wir hatten es ja schon in der Hand, das Hands-On dazu habt ihr schon auf YouTube sehen können und hoffentlich auch gesehen. Ein Stück Folie, die man hier einmal komplett vom Gerät abzieht. Ich schalte es auch direkt mal ein. So, beim schwarzen Gerät sieht man jetzt auch schon... Also was ich ein bisschen schade finde, weil bei dem weißen und bei dem pinken Gerät habt ihr eben so einen farblich abgesetzten Power-Button. Habt ihr beim schwarzen Gerät jetzt nicht. Hier ist wirklich alles schwarz. Ja, ist dadurch ein bisschen langweiliger, aber wer so ein schwarzes Gerät haben will, kann dann sicher auch darüber hinwegsehen. Und was ich sehr cool finde, ist halt diese rückseitige Beschichtung. Das ist hier halt alles so eine Soft-Touch-Oberfläche auf dem Glas. Ja, ihr seht halt, hier glänzt das Ganze. Hier ist es dann eben so eine Soft-Touch-Oberfläche, damit es ein bisschen besser, ein bisschen griffiger in der Hand liegt. Einziger Nachteil soll hier wohl sein, es gibt jetzt schon erste Berichte einen Tag nach der Vorstellung, dass diese Oberfläche wohl ziemlich schnell zerkratzen soll. Wenn wir uns natürlich anschauen im Test, wie es damit dann aussieht oder wie es der Kratzsee danach ist, müssen wir halt abwarten. Ansonsten seht ihr schon Fingerprint-Reader auf der Rückseite, die 12-Megapixel-Kamera mit Dual-Tone-LED-Flash. Also da jetzt auch soweit keine Überraschungen. Und wir sehen es jetzt hier ziemlich deutlich, diese riesige Notch, die Google hier in die Front des Pixel 3 XL reingebaut hat. Ja, ist nicht besonders schön, aber naja, kann man mit Leben, denke ich. Das Pixel 3, das normale, also die kleinere Version, 5,5-Zoll-Display, hat diese Notch nicht. Das heißt, wer da auf jeden Fall darauf verzichten will, kann eben auch das kleinere Modell kaufen, das diesmal auch wirklich kleiner ist, weil es eben nicht mehr diese fetten Rahmen hat. So, wir können auch einmal fix die Einrichtung durchgehen. Region, Region ist natürlich, ha, Deutschland, so. Und, naja, das können wir überspringen, wir haben keine SIM-Karte drin. W, dann brauchen wir gerade auch nicht so. Damit wir uns einfach nur einmal gleich das Display anschauen können. Ähm, das lassen wir auch mal fix. Wir gehen einfach nur einmal alles schnell durch. Ja, das wollten wir nicht. Äh, ja. Wir überspringen einfach mal alles. Normalerweise sollte ich natürlich eine Displaysperre und alles einrichten. Wir wollen es jetzt gerade nicht. Wir wollen uns einfach mal das Display anschauen. Und das Display soll nämlich, das hat DisplayMate schon verkündet, deutlich besser sein als noch im Pixel 2. Da gab es ja so einen ziemlich krassen Farbschrift in Blau oder nach Blau, wenn man von der Seite geguckt hat. Und wenn wir jetzt hier schauen, dann sehen wir schon, dass das Display, ja, also ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus. Macht einen sehr guten Eindruck, auch wenn man von der Seite schaut. Ist natürlich jetzt hier so ein bisschen bei dem Licht schwierig, weil es sehr stark reflektiert durch die vielen Scheinwerfer und alles. Aber, ähm, wir können auch mal gucken, die Helligkeit mal Maximum. Genau, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Wir haben eine sehr gute Blickwinkel, auch dafür, dass es ein OLED-Display ist, sehr wenig Farbabweichungen. Also gerade dieser Blaustich, dieser starke, ist wirklich weg, auch wenn ich jetzt hier wirklich ganz stark von der Seite drauf gucke. Also das schon mal deutlich besser im ersten Eindruck. Wir gehen mal an der weißen Seite. Vielleicht seht ihr es dann im Video auch so ein bisschen, ja, ist auch schwer zu erkennen. Aber es ist eben nicht mehr dieser krasse Blauschift, der vorher schon bei leicht seitlicher Betrachtung war. Abgesehen vom Display hat sich natürlich noch mehr zum Vorgänger verändert. Nämlich in dieser Notch oben stecken zwei Kameras, statt nur noch einer Selfie-Kamera. Und das hat einfach den Hintergrund, dass eine Kamera eben ein bisschen weitwinkliger ist, damit ihr dann eben auch Gruppen-Selfies machen könnt ohne Probleme. Die zweite ist ein ganz normaler Blickwinkel. Und die arbeiten dann aber auch zusammen, um eben so die tiefen Effekte noch ein bisschen besser darstellen zu können, um gerade die Porträts noch ein bisschen schärfer zu machen, dass mit denen die Unschärfe ein bisschen besser funktioniert und so weiter. Also das alles jetzt eben durch die zwei Frontkameras möglich. Außerdem ist der Displayrahmen deutlich schlanker geworden. Hier unten dieses Kinn ist zwar noch ein bisschen größer als bei manch anderem Konkurrenten, aber dafür habt ihr eben jetzt oben und unten einmal Lautsprecher verbaut, heißt Stereo Sound. Und die sollen laut Google auch sehr, sehr gut sein. Werden wir natürlich auch ausprobieren, das Ganze. Google ist sich sehr sicher, dass ihr die nutzen wollt und legt dann direkt noch sechs Monate YouTube Music kostenlos oben drauf, wenn ihr ein Pixel 3 kauft. Kommen wir nochmal kurz zur Kamera auf der Rückseite, wo wir nämlich gerade bei kostenlosen Dreingaben sind. Die Kamera hat 12 Megapixel, wie schon erwähnt, allerlei Software-Spielereien von Google wieder mal verbaut worden. Mehr dazu seht ihr im Hands-on und später auch in unserem Testbericht, beziehungsweise in den News zur Ankündigung. Und was Google auch wieder nämlich beilegt, ist kostenloser, unbegrenzter Speicherplatz auf Google Drive. Das heißt, wenn die Fotos, die ihr mit den Pixel macht, könnt ihr kostenlos auf Google Drive hochladen, ganz egal wie viele sie sind und sie werden in Originalqualität gesichert. Also früher war es da so, dass die dann eben auf 12 Megapixel runtergerendert wurden oder auf, ich glaube, 3000 Pixel in der Länge oder 4000 Pixel in der Breite maximal runtergerendert wurden. Findet hier jetzt halt eben nicht statt, sondern die werden in voller Größe gesichert. Auch wenn ihr damit RAW-Fotos macht, was jetzt in der neuen Kamera-App möglich ist, auch die könnt ihr in voller Größe auf Google Drive kostenlos sichern. Und auch RAW-Fotos, die jetzt mit der neuen Kamera-App gemacht werden können, könnt ihr kostenlos auf Google Fotos sichern, auch hier ohne Speicherbegrenzung. Das Ganze gilt für drei Jahre Abkauf, genauso wie die Software-Update-Garantie. Das heißt, ihr bekommt zwei Jahre mindestens System-Updates, das heißt eine neue Android-Version. Jetzt sind wir bei Android 9, das heißt Android 10, Android 11 bekommt ihr noch. Und noch ein Jahr länger bekommt ihr Sicherheits-Update mit einem Pixel. Ja, wenn euch das da so wichtig ist, Pixel-Gerät immer noch euer erster Anlaufpunkt eben für Software-Updates. Ansonsten gibt es am Gerät jetzt gar nicht mehr so viel zu zeigen, denn es hat sich nicht so viel getan. Der Rest ist halt eben Standard-Smartphone. Wir haben hier unten auch einmal den USB-Type-C-Anschluss. Daneben habt ihr den SIM-Karten-Slot, der ist jetzt auf die Unterseite gewandert, statt irgendwo seitlich oder oben. Und das war es eigentlich auch schon. Klinken-Anschluss gibt es natürlich nicht mehr, wurde schon bei den meisten Smartphones weggerationalisiert und so eben auch beim Pixel 3 XL. Gut, wenn ihr Fragen zum Gerät habt, wir haben, wie gesagt, das noch ein bisschen hier zum Testen, dann gerne ab damit in die Kommentare. Wir werden versuchen, auf alle Anfragen eingehen zu können. Und ansonsten lasst uns gerne ein Abo da und damit bis zum nächsten Mal.